Es gab viele Jahre, wo Flensburg und Kiel um die Meisterschaften gekämpft haben. Momentan hat Berlin und Magdeburg so ein bisschen die Nase vorne. Was sind die Zielsetzungen für die nächsten Jahre der SG Flensburg-Handewitt? Ja, ein großes Ziel von uns ist natürlich, wieder zurück in die Champions League zu kommen. Ich glaube schon, dass wir so den Kader dafür zusammengestellt haben. Auch schon diese Saison mit fünf neuen Spielern, neuen Trainern. Das braucht natürlich eine Zeit. Das hat man gesehen, gerade in der Hinrunde. Aber wir wollen jetzt auch die nächsten Schritte gehen, dass wir uns in Zukunft dann als großes Ziel wieder in der Champions League sehen. Das ist keine Frage. Und den Abstand, den es vielleicht jetzt aktuell noch gibt, so hinkriegen, dass wir die anderen beiden Mannschaften wieder überholen.